Kapo, herzlich willkommen beim SVW in Wiesbaden. Wie ist das Debüt beim 3-2-1-Sieg gegen Gladbach 2 aus deiner Sicht gelaufen? Ja, ich denke, wir können heute wirklich zufrieden sein für den Auftakt. Wir haben gestern hart trainiert. Natürlich waren wir alle ein bisschen müde, das hat man schon in der einen oder anderen Situation gemerkt. Aber insgesamt war wichtig, dass wir das Spiel gewinnen. Auch gegen den Regionalligisten ist immer nicht so einfach. Jeder Sieg gibt ein gutes Gefühl und ich denke, wir haben es sehr ordentlich gemacht. Natürlich haben wir noch viel zu verbessern, aber im Großen und Ganzen können wir heute zufrieden sein. Du bist seit Montag dabei. Was für Eindrücke hast du in deiner Anfangswoche beim SVW gesammelt? Ja, ich habe mich natürlich gefreut, dass der Wechsel geklappt hat. Ich wurde super aufgenommen, das ist eine gute Truppe. Es ist immer ein bisschen schwierig, im Winter in eine neue Mannschaft zu stoßen, aber es wird mir wirklich leicht gemacht und ich werde gut aufgenommen. Ich fühle mich wirklich bisher sehr wohl und versuche einfach, mich Schritt für Schritt zu integrieren. Aber ich denke, da gibt es überhaupt keine Probleme und das klappt bisher wunderbar. Dankeschön. Gerne.